Es war der 1. April, aber wir öffnen unser Schwimmbad nicht nur als Presseente in der Zeitung, nein, wir machen das wirklich. Und es gibt so ein paar Mutige, die stehen da vorne in der Ecke. Dann schmeiß ich gleich da hinten rein, die Enten mit den tollen Nummerpreisen und danach machen wir einen Trockendurchgang für alle, die mit Klamotten hier stehen, die können dann eine Entenjagd machen. Hat noch jemanden los, die Enten zu sammeln? Ja! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Untertitelung des ZDF, 2020